Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Diesmal das erste Film zu Kisumonogatari. Und zwar der Film 1, Teketsuhen. Wurde schon auf dem Akipapaz-Festival gezeigt. Eigentlich sogar schon zweimal, auch auf dem Akipapaz-Festival 2016. Dieses Jahr wurde die komplette Reihe mal gezeigt. Also 1 bis 3. Und ich kann euch sagen, schaut es euch an. Also es ist einfach absolut genial mit einem absolut absorten finalen Kampf. Also im dritten Film dann. Und ich weiß nicht, was ich noch weiter dazu sagen soll. Anschauen. Man kann ich dazu nicht sagen. Aber für die desinterisiert, hier rum geht es. Und zwar geht der erste Film 64 Minuten. Ist mit den Sprachen Deutsch und Japanisch untertitelt Deutsch. Ton ist in 5.1 drauf. Und als Bonus ein Audiokommentar und Trailer mit drauf. Ja, wie schon erwähnt, beim Akipapaz-Festival 2017 hatte ich mir alle drei angeguckt. Mehr oder weniger am Stück, nur mit einer Viertelstunde Pause zwischendurch. Es war hart, aber es hat sich verdammt gelohnt. Und so sieht das Ganze von innen aus. Mit der süßen kleinen Shinobu. Hier ist noch Werbung für diese Bagamono-Gatari. Auf der Rückseite weiß. Kann man im Akipapaz-Shop sich kaufen. In der Limited-Version. Und es gibt jetzt eine normale Komplett-Version, die man sich auf Amazon kaufen kann. Ob es jetzt auch in den Laden kommt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, hier haben wir die Scheibe. Und dann sehen wir hier noch ein paar Rolltreppen, die auch in dem Film vorkommen. Ja, also wie schon gesagt, anschauen. Definitiv anschauen. Ich packe euch mal noch die Links zu den Unboxings zu Bagamono-Gatari mit in die Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.